Plus 154 Jahre USA Lebenslang reicht Ankläger nicht als Strafe für Bradley Manning. Verteidigung wirft Staatsanwalt Hetzrede vor. Dem Whistleblower Bradley Manning droht lebenslange Haft, sollte das US-Militärgericht in Fort Meade dem Strafantrag der Anklage folgen. Der Urteilsspruch scheint unmittelbar bevorzustehen. Danach wird in weiteren Prozessterminen das Strafmaß verhandelt und verkündet. Freiheit für Bradley Manning forderten am Samstag tausende Menschen in 40 Städten weltweit. Bereits am Freitag war die Einfahrt von Fort McNair, dem Amtssitz von Generalmajor Jeffrey Buchanan in Washington, von Demonstranten blockiert worden. Dem Militärkommandeur obliegt die Oberaufsicht über das Verfahren gegen Manning. Am selben Tag konnte David Coombs mit eintägiger Verspätung sein Schlussplädoyer halten. Am Vortag hatte der leitende Staatsanwalt Major Ashton Fien die Atmosphäre im Gerichtssaal über viele Stunden mit wortgewaltigen Ausführungen aufgeladen. Diese gipfelten in einem Strafantrag von biblischen Ausmaßen. Lebenslang ist dem Vertreter der weltgrößten Militärmacht zur Abschreckung weiterer Whistleblower nicht genug. Mit zusätzlichen 154 Jahren Gefängnis will Fien die Liste der 22 Vorwürfe gegen den Wikileaks-Informanten ahnden, die von Diebstahl von Regierungseigentum über Spionage bis zur Unterstützung des Feindes reichen. Die hohe Strafe hält Fien für angemessen, weil Manning sich wissentlich und in böser Absicht der Unterstützung des Feindes Al-Qaida schuldig gemacht habe. Zwar hat das die Beweisaufnahme nicht ergeben, aber Major Fien setzt auf die Wirkung von Reizwörtern, die aus dem Whistleblower einen Terrorhelfer machen sollen. Manning, den er als Anarchisten, Hacker und Verräter beschimpfte, habe die Dokumente ins Internet gestellt, weil er wusste, dass Al-Qaida diese lesen würde. Dem ruhmsüchtigen Egoisten habe sein Eid genauso wenig bedeutet wie die US-Fahne, wetterte Fien in den Saal. Manning habe nicht als Whistleblower naiv oder in guter Absicht gehandelt, um Debatten auszulösen. Das Video »Kollateraler Mord« sei für ihn cool gewesen. Nur deshalb habe er es an regierungsfeindliche Aktivisten und Anarchisten geschickt, um Julian Assange und Wikileaks zu gefallen. Auch hierfür hatte der Prozess keine Beweise erbracht. Rechtsanwalt Coombs griff deshalb in seinem Plädoyer den Staatsanwalt wegen dessen Verbalattacken an. Fien habe Mannings eigene Worte aus dem Zusammenhang gerissen, um sie in eine Hetzrede zu verwandeln und ihn in einem negativen Licht erscheinen zu lassen. Manning sei jedoch in Wahrheit ein Humanist, für den jedes Menschenleben von Wert ist und der überzeugt war, dass die Öffentlichkeit erfahren musste, was er selbst in den Kriegen in Irak und Afghanistan gesehen hatte. Dazu führte der Anwalt das besagte Video vor, das aus der Perspektive der Bordkamera eines über Bagdad kreisenden US-Helikopters zeigt, wie dessen Besatzung blindwütig Zivilisten und Reporter am Boden erschießt. Coombs an die Militärrichterin gewandt? Was hätten Sie empfunden, wenn Sie mit 22 Jahren ein solches Video gesehen hätten? Der Verteidiger wies schließlich die Theorie der Anklage zurück, sein Mandant habe systematisch und wahllos Geheiminformationen gesammelt und sei dabei rücksichtslos vorgegangen. In Wahrheit habe Manning sehr selektiv Dokumente ausgesucht, die er kannte. Bei seinen an die US-Öffentlichkeit gerichteten Enhüllungen habe sein Mandant Sorgfalt walten lassen, um weder Quellen noch Kameraden zu schädigen, so Coombs. Manning erwartet nun das Urteil auf dem Militärstützpunkt Fort Meade. Dieser ist für die Weltöffentlichkeit seit den Enhüllungen von Edward Snowden von besonderem Interesse, weil dort auch die NSA-Geheimdienstzentrale angesiedelt ist, die permanenten Verrat an den Grund- und Bürgerrechten der Weltgesellschaft begeht.